ja willkommen mein name ist an ihre lp und ich bin zurück zu let's play tels of xia 2 in der letzten folge haben wir eigentlich nicht viel gemacht wir haben wir haben weiß nicht ein zwei monster erlegt weil wir geld zurück zahlen mussten aber auch in der letzten folge lecker geschafft nova wurde schon gedroht gefeuert zu werden weil sie anscheinend nicht so schnell dafür sorgt dass unsere schulden abbezahlt werden was ich ein bisschen blöd fand aber naja wir bezahlen also schnell wie möglich also was will der typ eigentlich so wir machen jetzt irgendeine charakter mission wir haben drei wieder offen und die erste ist hier in da in treacle also im rasthaus vom im gasthaus vom rasthaus gasthaus vom hafen da gehen wir jetzt hin ein zwei lied monster kann man auch noch irgendwann machen aber gucken wer sind da ist wieder unsere straßenkriege hier na gut da ist kapitel 3 die sehenswürdigkeiten von riese max ja sehr schön ich habe wieder diese lachen ich habe wieder diese lachen ich weiß nicht geil es kann auch sehr stolz sein mtlame oder so ein bisschen erstens not a fan of crowds isn't that right why are you doing this das ist die sabstrat deepwood ja das place ich sah in der brochure ich habe es eine gigantische flessende und wir haben nicht hier in olympias er sagt eiskalt ja gibt irgendeine mission ich da machen kann wenn ich schon mal da bin auftrag vor wie sie die antwort für sie gehen stecher sieht man jetzt nicht ich gehe noch mal kurz gucken und zwar da kann ich ja schnellst nachgucken was er in kultur ist ja ja ich muss mal gucken mit wem habe ich denn nicht so verbindungsdinger zwei fehlen mir da noch ich habe im user dabei das war muse und drone und layer normal layer erweitens verbindet euch jetzt ob er wollte oder nicht so dann jetzt gehen wir nach zum sap sap ich sollte eigentlich hier sollte wir hier nach und hallo verdammt cool cool geil wenn ich schon dabei bin verdammt ja nur mein rad ein bisschen mehr ja das kann ich auch noch in dieser mission schaffen ja es ist sehr schön ja ich weiß so als ob tiefwald ok bewundert die natur ok da kann ja überhaupt nichts schief gehen es kann ja absolut gar nichts hier schief gehen man hört wie sieht man das nicht aus von dem überhaupt nicht so gezeichnet der liebenswerte gaios das sind die Kinder haben sich ziemlich entschuldigt mit dir ist das so es ist nichts zu verabschiedern es ist eine gute Möglichkeit die Olympien zu den Highlighten der Riesemaxien kulturen ich bin gar nicht ein Experten in diesen typen aber ich denke dass es ein Wert in diesen typen kulturell exchange Luger welche Aspekte der Riesemaxia interessiert dich? seine politische lage natürlich die lokalen spezialitäten hallo wasten food is wasting life and will be punished accordingly article two of reason maxi is constitution you put that in the constitution that was a joke of course but it is a custom of our jewel where i was born unlike the bountiful land around you now the environment that surrounds our jewel is harsh and unforgiving reason maxi and maybe rich in nature but i suppose it's all the more dangerous for it ja meine katze die ist zurückkehrt geil nicht bis sport jetzt haben wir alles hier bams weiß nicht gut weiß nicht dann wieder gewohnt wo ist akkland sumpf ich brauche geld geld so wo soll ich jetzt überhaupt hingehen genau hätte gut reden ist wahrscheinlich in irgendein bestimmten ort hingehen ich könnte auch für karten genau das ganz dahinten durch ich bin falsch ja schon mal sehr geil einer und der zeit für euch ja wird darauf nicht noch irgendwas passieren ja ich könnte mal die alle um kugeln nachgucken ich habe jetzt wieder so geile neue dinge bekommen automativ fruchtbare erde ich bin gar nicht gebrauchen mehr nachtlose welt ok und wenn es brennende windmühle sagen schon gut so genau bald fährt ja bald auch alles gelernt hat man so per alle um kugel lernen kann nicht sehr schön fange auch mittlerweile an jetzt place zu test x2 zu gucken und ok wieso kommt es dass diese dass ihr letzt player viel schneller sind als ich meine ich bin ein bisschen gemütlich am zocken aber trotzdem irgendwie habe ich das gefühl sind irgendwie so unter 100 parts schon irgendwie mit 70 80 fahrer spiel schon durch wie geht man eigentlich das habe ich irgendwie so ein thumbnail gesehen von jemanden hat er irgendwie victor bekämpft ein paar 40 oder so gegeben hat irgendwie 80 oder irgendwie sowas besiegt ihr beiden sollte ich verbinden da schon wieder richtig geil von mir verbindet euch verbinde ich erleben sehr gut sehr gut beinahe an der lab fand das geht ja auf level 65 und was weiß ich nicht auch schon lange hätte ich so per level ab irgendwann bekommen habe du hast natürlich steigt vor mir gesteckt ich finde es richtig geil danke war ja so vielleicht geile steuern genau eine schrung lange fang ich schon im ding ist geil graces f es bekommt ja auch wer zum teufel wo muss ich hin da komme ich da hinten ich glaube daran es geht nicht in jedem zweiten gegner ein rennen wäre toll wahrscheinlich noch irgendwie boss gegner und was weiß ich also ja nachher komm ich nein da weiß ich nicht immer so dahin nee das ist eine sackgasse komme ich noch mal dahin kostbare zeit auch das gericht eine art verbessert sehr gut da komme ich nicht hoch mann wie komme ich da hin du bist da weg da warte ab der dreck ein erschrocken sehr gut ok komm her Komm mal her! Weil ich es kann! Sehr gut! Und Level Up! Okay, irgendwas habe ich mit dem Video gelernt. Sehr gut. So, ich versuche mich hier immer noch durchzunavigieren. Komm ich nochmal dahin? Hey! Verarsche! Ja, ich habe den gar nicht gesehen. Guck ich mal einen Teil an, was er jetzt hat. Ich habe schon den letzten Part gesagt, aber egal! Brennen! Verdammt! Sehr gut! Keine Entschuldigung! Äh! Da glaube ich, ne? Boah! Ja! Endlich! Schon wieder unnötig lange gedauert hier. Da renne ich doch hier schon durch die halbe Welt immer auf Screen. ich habe immer noch schafft mich zu verirren hat zeit schon vom wahren können du hast auch wieder was gelernt aber du musst immer noch werden okay das ist ein speicherpunkt den nutze ich vielleicht mal ich habe schon ich habe schon alles was kommt ich habe leider beide kanalen zur not machen wir die ganze zeit hier wird ein bisschen verändert warum geht ihr nicht mit und damit wird euch ein bisschen mit ihnen warum nicht das ist ein bisschen ok wir wollen auch einen kampf ankündigen mein gott was ist daten für ein teil dämonen chaos aber leise dämonen wir sind alle ganz leise dämon zahn dämon zahn als ob man so riesige fällen nicht irgendwo so im hintergrund sehen würde sehr gut ich finde es gut dass seine angrifflich abgebrochen werden manchmal wie dragon swarm war nicht dragon swarm da ist dragon swarm da haben wir auf die linke guckt leiste das hat aber auch viel mehr akzept als jeder andere kann das sein weg so viele sachen habe ich so viele im ender als bekommen für was woher waren Sie? nur für ein kleines Geschäft wie Ersten könnte sagen woher Kyle geht? wassup Big E? Big E? wir sind alle ziemlich knacken jetzt ja? ich meine du bist ziemlich cool sogar für einen älteren Mann ich bin nicht sicher ich mag wo das geht das geht lighten up Big E hehehe ja du gehst das was ist das? Das ist eine Kamerra Du bist jetzt Teil der Gang, Biggie. Nicht vergessen. Sehr schön. Na gut, besser gehen wir zurück, nicht wahr? Warte, warte. Können wir einen schnellen Stopp in Marksburg machen? Ein neues GHS-Modell kam gerade raus. Ich muss meine Hand auf einen. Was sagst du, Biggie? Komm schon. Wenn du musst. Ja, da hätten wir nicht einen Sturm zu liegen. Ah, ein Erinnerungsfoto. Okay, kann man sich ja angucken. Ja, also mehr oder weniger. Cool. Ja, dann machen wir noch kurz in Marksburg Halt. Ja, das war noch zwei Dinge. Vielleicht schon so. Gehen wir noch in Marksburg. Nach Marksburg kommt schon vorbei. Kommt noch ein Kampf oder irgendjemand? Ich bin tot auf meinen Fuß. Was sagen wir, wir holen einen Biss in den Inn und gehen nach Hause, wenn Kyle zurückkommt? Ich nehme, dass dein Sturm bedeutet »Heck ja«? Natürlich, in dem Ton. Vielleicht hätten wir mit ihm gehen sollen. Ja. Was? 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 Er hat diesen Soldaten umgebracht, ne? Wahrscheinlich ist der Körger immer noch nicht. Wir haben immer Friktionen mit den anderen Seiten, hier in Marksburg. Aber es gab niemals einen Mörder, du weißt? Wenn der Körger sich Olympian sein könnte, könnte das ein internationales Verlust werden. Ja, der Körger ist gut genug. Aber das würde es auf ein ganz anderes, schlusses Level. Wenn jemand einen Soldaten tönt, scheint sich alle zufrieden. Ja, ja, ja. Sie haben mich gefragt, dass ich nach Marksburg komme, um mit der Untersuchung zu helfen. Und wer bin ich mit? Ein ziemlich großartiges Verlust, oder? Ein ziemlich, ziemlich großartiges. Herschel, hast du etwas nodig? Und schau mal, wer ist mit ihm. Meine, aber alle haben sich alle mit uns zusammengebracht. Das ist nichts von deinem Geschäft, geh nach Hause. Ah, aber ich habe nur hier nur gewonnen. Und sehen Sie, Leute, wird sicherlich ein paar Credenz an meine Arbeitstehörungen. Kyle, du hast diesen Riesamaxian-Soldier, nicht wahr? Und ich werde dich für ihn verraten. Was sagst du? Du hast deine Spaß gemacht. Verhör uns nicht. Oh, und ich weiß, dass du eine Hand zu einem meiner Mann vorhin hast. Ich habe keine Probe. Aber ich bin sicher nicht, dass ich das nicht verraten werde. Was ist ein Geist. Wir kommen jetzt zurück nach Triglef. Kyle. Es war nicht du, war es? Wie kannst du mir das überhaupt fragen? Auch Big E ist jetzt auf meiner Seite? Tanner ist richtig. Wir werden das hier verraten. Wir werden das hier verraten. Oh Mann. Was hast du gelernt? Gaius? Der Mann? Der König von Riesamaxia? Interessant. Sehr interessant. Oh ne. Okay, ist der Ende gut. Okay, ist der Ende gut. Ah, meine Katze ist okay. Erzähl auch für zwei. Gaius. Welches zweite Opfer hat auch gar keinen Farbdingen. So, jetzt möchte ich irgendwie noch Kanan erscheint. Jetzt sagt er jetzt erst. Ja. So, das ist ein ganzes Ort. Das ist ein ganzes Ort. Das ist ein ganzes Ort. Ich kann nicht sagen, dass ich das erwähnt habe. Es war, aber es war nicht. Origin muss die Macht des Vögens um es zu entfernen. Also ist das ein einziges Ort, in allen Dimensionen, wo der Reinhardung der Reinhardung entsteht. Und ich glaube, das würde das einstellen, das die Primen Dimension der Divergenzierung. Es sieht aus, dass es ein Embryo in dem es gibt. Ist das die Great Spirit Origin? Nein. Das ist das Sätelef. Das Sätelef. Origin sollte drin gefunden werden. Warum sieht es wie ein Baby aus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen die Origin fragen. Woher werden wir glauben, dass wir ihn nicht kämpfen werden? Wir werden, wenn wir müssen. Du musst schlafen. Nein, keine Angst. Ich verstehe vollständig, seine Signifikanz. Wir werden ihn nicht zerstören. Er ist sicher, dass wir ihn verletzen können. Ich denke, wir sollten dankbar sein. All diese zwei sind auf unserer Seite. Okay. Jetzt muss ich ein paar Sachen verkaufen. Oh. 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 Okay. Jetzt sehe ich auch den Embryo. Das ist verdammt gruselig. Jetzt habe ich Angst. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht mal vorher seht so einen riesigen Mond am Himmel. Oh geil. Wo die ganze Zeit so ein Embryo rausguckt. Der ist ja voll gruselig. Ja. Daraus wird natürlich wieder nichts hier in dieser Folge. Verdammt. Aber wir haben Geiles Geschichte abgeschlossen einmal. Und jetzt bin ich mal gespannt. Und zu laut für zwei. Boah. Da richtig haben wir aus. Wie geil. Sehr schön. So. Da muss ich jetzt noch ein bisschen Geld hier loswerden. Ich fahrt schon lang genug. Also. Keiner ruhig noch ein bisschen länger werden. Ja. Okay. Komm mal irgendein hochwertiges Zeug hier. Da zum Beispiel. Ja. Kartoffeln unserer Zeichen damit. Äh. Ich kann nicht mehr so viele Sachen zu verkaufen. Verdammt. Ne. Zehen. Zehn. 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 Rechen im Leben. Ich würde doch verkaufen wir denn da tir davon noch elf. Dann, davon noch ein paar, davon noch ein paar, davon noch ein paar, davon noch ein paar. Davon noch ein paar ich kann eigentlich alles verkaufene. da das doch hier sehr gut beim spannt hat vollgebracht war hier von ein paar ein paar nicht so viel geld habe da wenn ich ausgehen bin perfekt so dann gehen wir nach trickel und hat noch sehr schnell ab nämlich zum dings vielleicht teleportieren sollen idiot noch schnell ab freundschaftsbank absolute abwehr ein fertiger mit den ließ zugang zur fertigkeit und durchdringlich abwählt jawohl hier werde ich mir wahrscheinlich auch sparen obwohl ich könnte den geist geben aber dann ist der am meisten gelevelt von der freundschaft her das möchte ich nicht weiß nicht na gut dann muss ich sagen ich bin in dem part hier in ein trickel und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play tels auf 2 2 ich bedanke mich alle zuschauen sage tschüss bis zur nächsten folge